So, wir haben ja hier das Grundgesetz, aber ich merke ja immer wieder, das wird ja hier nicht geachtet. Es ist ja wirklich so, man merkt es ja auch bei den Behörden. Leider kennen die dieses Grundgesetz nicht. Ich glaube, die kriegen gar keine Schulung. Hier kommt mir bald so vor. Schlagen wir doch mal die Seiten auf, ne? Das Grundgesetz hier, was dann alles so drinne steht. So, ne? Da steht dann Gesetze über den Schutz der Menschenrechte, Grundfreiheiten, Protokolle, Protokolle, Verfassung, Ursprung, wann es entstanden ist, natürlich auch, ne? So, wartet mal. So, wir haben ja erstmal die Grundrechte, ne? Und da gehört ja Mecklenburg-Vorpommern oder gehört Mecklenburg-Vorpommern nicht dazu? Ich muss mal gucken, ich muss mal nachlesen. Ja, Mecklenburg-Vorpommern gehört dazu. Schutz der Menschenwürde und Grundrechte. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Zu achten und zu ehren, ohne und zu schätzen, ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unersetzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschliche Gemeinschaft, dass den Frieden und die Gerechtigkeit in der Welt, ja, wir haben ja so viel Krieg und wir haben ja so viel Frieden und die bekriegen sich ja alle gegenseitig und ich finde das ja sowas von beschämend und traurig. Man schreibt sowas und dann wird das gar nicht geachtet. Die nachvollen Grundrechte binden der Gesetzgebung vollziehende Gewalt und Rechtsprechung unmittelbar des geltenden Rechts. Freie Entfaltung der Persönlichkeit. Naja, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht anders die Rechte anderer Menschen verletzt und gegen die verfassungsmäßige Ordnung und Sittengesetz verstößt. Da frage ich mich, warum es so viel Rechte in Deutschland gibt. Da frage ich mich mal ehrlich und dass das erlaubt wird, wenn es gegen die Rechte verstößt. Also, es widerspricht sich ja alles mal wieder mal, ne. Wir haben ja auch die Parteien, die dazu geboren sind, sag ich mal so, die da nichts für die Behinderten tun und auch nichts für die anderen tun und das finde ich schon beschämt und traurig irgendwo, obwohl sie es sagen, ne. Aber so kann man natürlich Menschen auch umdrehen. Ja, zur Gleichheit vom Gesetz. Alle Menschen vor dem Gesetz sind gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf, oh Entschuldigung, auf die Beseitigung der bestehenden Nachteile hin. Ja, so, dann haben wir das wieder. Und dann haben wir hier oben wieder was, ne. Niemand darf wegen seines Glaubens und dieses und pipapo, das hatten wir ja schon mal. Das hatte ich auch, glaube ich, schon mal durchgelesen. Die Meinungsäußerung, das kennt ja auch jeder. Ehe und Familie und Kinder. Das Schulwesen haben wir. Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, natürlich ist das jetzt alles außer Kraft gesetzt. Das Grundgesetz durch Corona, ist ja klar. Aber ich frage mich wirklich, also wenn man sich das so durchliest, also ja, Unverletzlichkeit der Wohnung wird auch nicht immer eingehalten. Dann haben wir Eigentum und Erbrecht und Enteignung, was hier auch viel passiert ist. Sozialisierung, Überführung, Ausbürgerung, Auslieferung, Asylrecht, Petitionsrecht, Grundrechtseinschränkungen, vom Wehr- und Ersatzdienst, Grundrechte. Ja, so ist das. Man denkt so ein bisschen, die Mecklenburger sind alle so ein bisschen dumm, glaube ich, bald. Und die kennen sich so ein bisschen nicht damit aus oder so. Ja, und lassen sich das alles gefallen oder wie auch immer oder machen das, was gesagt wird. Aber es gibt bestimmte Rechte, die man hat und die hat man halt da. Und da kann man auch sehr gut nachlesen. Da ist auch der Bundesrat drin, die Mecklen-Ausschuss drin, Bundespräsident. Ja, da steht auch nochmal alles dazu, weil durch die Bundespräsident, wie das alles stattfindet. Bundesregierung, Gesetzgebung des Bundes. So, und dann haben wir hier... Ach, übrigens habe ich noch heute mit dem Kassenärztlichen... Nee, Kassenärztlichen Notdienst nicht. Ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Die dafür zuständig sind, wenn mit den Ärzten irgendwas ist. Und da habe ich mich auch nochmal erkundigt, wegen dieser Sache mit diesem Corona. Und sie meinte zu mir, naja, das ist schon, ne. Also es dauert erstmal zwei Wochen diese Zeit, bis das End ausbrechen kann. Also deswegen sollte man schon so zwei Wochen zu Hause bleiben. Und versuchen, Kontakte so viel wie möglich einzuschränken. Also hat man hier sowieso nicht soziale Kontakte. Ich habe hier eine CD. Das ist ja wirklich, sie sollen sich soziale Kontakte suchen. Also das widerspricht sich alles. Also wirklich, nee, nee. Naja, ich sage dazu nichts mehr. Recht auf Freiheit und Sicherheit. Recht auf ein faires Verfahren, was es hier auch nicht gibt. Weil ich kenne hier auch eine Frau, die wurde vom Richter hier übers Ohr gehauen. Die kriegt jetzt Betreuungsverfahren oder so. Die ist aber selber selbstständig und hat irgendwas da zu laufen. Und ja, das finde ich auch sehr traurig. Also die Richter sind auch schon befangen hier. Keine Strafe ohne Gesetz. Gedanken und Gewissen und Reliktionsfreiheit, Freiheit der Meinungsäußerung, Versammlung und Vereinigungsfreiheit dürfen wir natürlich jetzt nicht in der Corona-Zeit. Ach, hier haben wir doch das Ding. Recht auf wirksame Beschwerde. Jede Person, die in ihren, diesen Konventionen, oh, ich kann nicht so richtig lesen mit meiner Brille hier heute, anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben. Und wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben. Tja, so ist das. Macht das einer? Guckt nicht. Diskriminierungsverbot. Oh, guckt mal, da haben wir auch drin. Aber wir hören immer wieder, Hitler hätte dich verbrannt. Du hörst ins KZ. Buh, 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 buh. Immer wieder so eine Sprüche. Schon ulkig alles. Woher die das wohl alle haben, ne? Dann sagen wir es noch einmal. Der Genuss in dieser Konvention anerkannten Rechte und Freiheiten ist ohne Diskriminierung, insbesondere wegen Geschlecht, der Rasse, der Hautfarbe und der Sprache und der Religion und der politischen und sonstigen Anschauung der nationalen oder sozialen Herkunft, Zugehörigkeit einer nationalen Minderheit, das Vermögen der Geburt oder sonstigen Staates zu gewährleisten. Tja. Diskriminierungsverbot, Abweichen, Notstandsfall, Beschränkung politischen Täglichkeit, also, tja, da steht eigentlich viel drinne. Ach, hier steht auch von Zahl von den Richtern drinne. Hm. Amtszeit, Entlassung. Naja. Das ist ein dicker Wälzer. Steht eine ganze Menge drin. Aber ob sich da dran gehalten wird, ne? Das ist die zweite Frage. Und wenn man dann bei den Behörden anruft, dann kriegt man noch eine dämliche Antwort und wird noch angeschrieben, weil man für die Kinder kämpft. Das ist ja, das ist ja hier die ganze Zeit so in Mecklenburg-Vorpommern. Kämpfst du hier für die Kinder in Mecklenburg-Vorpommern, bist du aufgeschmissen. Du erreichst nur das Gegenteil. Hass, Druck, Neid, Verleumdung und andere Sachen. Weil man kämpft für die Kinder. Und, naja, wir haben das Grundgesetz, ich kann mich immer nur wieder darauf berufen, aber das wird hier nicht geachtet. Genau wie wir auch alle eine Aufsichtspflicht haben, das Buch habe ich ja auch. Sage ich auch nicht so. Man hat nicht nur eine Aufsichtspflicht, man hat auch eine Fürsorgepflicht als Gesundheitsamt. Fürsorgepflicht heißt das für die Menschen. Geht genauso. Und da muss man nicht eine kassenärztliche Vereinigung dann sagen, das finde ich dann schon, die waren auch sehr traurig darüber und erbost, sagen dann, ja, man muss eben zwei Wochen denn zu Hause bleiben, weil man eben nicht weiß, wo dieses Kind überall war und dieses und jenes. Also keiner sagt dir so richtig, was du machen sollst. Ich kann nur hoffen, dass es den Kindern allen gut geht und dass sie kein Corona bekommen. Ja, was soll ich dazu sagen? Aber ich kann nur sagen, wie man, wie Menschen mit den Behörden, wenn sie am Telefon sitzen, umgehen, weiß nicht, traurig und beschämt irgendwo. Man kann hier mit den Menschen überhaupt nicht mehr reden, die sind immer nur noch aggressiv und das ist traurig. Ihr braucht euch nicht wundern, dass ihr alle krank werdet. Das sind nämlich die Menschen, die krank machen.